Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 119. Folge von Let's Play On Street Fighter und der Bus Simulat mit mir auch im Jürgen Rieser. In dieser Folge zeige ich euch die letzte Linie hier auf Römerberg bei so einem 3.2.2. Das ist der Schulbus. Der führt uns hier vom Römerberger ZOB zum Schulzentrum und wieder zurück nach hier zum Römerberg ZOB. Fahrzeit dauert ungefähr zwischen 15 bis 30 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN Line City aus dem München Add-on im Autobus Oberbayern repaint. Grasbetter Stuttgart fahren wir auch direkt los in München ein. Viel Spaß bei der Fahrt. nicht los geht. zu verlesen, wie wir die Fahrt. nicht los geht. aus befestigungen helfen, da sind immer die Fahrt, die Fahrt漂亮 Поэтому vor wir fugen die Fahrt, die Fahrt, die Fahrt nach vorne. Sein für die Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Schulbuslinie. Sie führt uns vom Römerberger ZUB zum Schulzentrum und wieder zurück hier zum Römerberger ZUB. Wir fahren ohne Halt dorthin. Bitte hören Sie nicht auf die Ansagen, weil für diese Linie gibt es leider keine Route. Für die Version von der Karte auch keinen Fahrplan. Wir fahren jetzt direkt ohne Halt zum Schulzentrum und fahren dann auch wieder zurück hier zum Römerberger ZUB. Bremsen, ich zeigte aber rot gefahren. Wenn ihr hier in der Postilion schon raus wollt, dann lasse ich euch hier raus. Ah, einer möchte nicht drauf. Ich hoffe euch da draußen geht allen gut, mir geht es auch soweit. Gut, ich hoffe, diese Themenwoche hier auf Römerberger Version 3.2 hat euch gefallen. Wenn diese Folge hochgeladen ist, könnt ihr eure Wünsche gerne in die Kommentare schreiben, auf welcher Karte ich die nächste Themenwoche für euch machen soll. Schreibt auch gerne eure Buslinie und Buswunsch dazu. Und ja, dass ihr Bescheid wisst. Ich möchte keiner mit welcher Schulprofil. Ich möchte keiner mit welcher Schulprofil. Elter Markt, Stadtmitte. Römerberger. Manuska-Straße. Ja, Manuska. Nein, wir fahren hier den Weg. Manuska-Straße. Untertitelung des ZDF, 2020 Schulzentrum So, das müssen wir so stehen dann Das wird zum Wir fahren jetzt zum Toto B wenn wir berg bestanden möchten wir mit nein dann nimm das dann 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 Am See ist doch gut. 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 Am... 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 Am...